was geht ab was geht da um heute ja die cola bis am start ich habe 300 tickets wir hauen alle rein in die cola und schauen wir was kriegen hier oder einfach ein ballern gucken was hierbei umkommen und die animation ist wie bei dem sp puls hier anscheinend kommt hier auch nichts bei rum anscheinend ja ja nö nö wow jetzt kriegen wir die pitti nö 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 aber wir kriegen hier irgendwas, das ist der, den wir glaub ich auch grad schon bekommen haben, die Hunter ich glaub wir haben grad auch den Hunter bekommen gehabt Schnapp dir schnell deine Waffe, big boom. Nö, 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 nö. Die Quoten sind nicht so geil anscheinend. gar nicht absolut trash man kriegt hier echt nur nichts gutes das ist wieder der Hunter ich muss kurz Platz machen so 80 gehen wir noch rein dann haben wir nämlich 300 bis jetzt haben wir nur den Hunter bekommen noch nicht den anderen bei 300 haben wir jetzt nicht den anderen bekommen ist schon anders Sedge, oder? überhaupt nur so wenig zu bekommen bei 300 ist mega trash das ist richtig schlecht noch 30 letzten 10 das ist glaube ich immerhin der andere Gott sei Dank kriegen wir den nochmal aber wir haben nicht viel bekommen war jetzt nicht so toll vor allen Dingen kriegt man keinen einzigen Chip dafür gar nichts anderes nur das hier nicht so der Burner nicht so der Burner wir wollen mal was wir bekommen haben nein ich will Daniel nicht awaken ah dich habe ich noch einmal bekommen hau rein es ist jetzt nicht viel was wir bekommen haben ganz ehrlich für 300 Tickets wir können noch nicht mal ein Exzen machen mit 300 Tickets Leute was sagt ihr dazu? ich sag ganz schlecht ganz schlecht hoffe aber das Video hat euch gefallen lasst gerne einen Daumen nach oben da haut ein Abo raus und verpasst keins der weiteren Videos Peace euer Reson 1